Was für ein wunderschönes Popo-Rammer! Ein Alp zur Blauer Pool, dahinter grüne Landschaft, das Meer und die Berge, eine Traumkulisse in Italien. Am Rand des Pools steht eine junge Schönheit im smaragdgrünen Bikini, allem Anschein nach bereit, ins kühle Nass zu hüpfen, auf zehn Spitzen macht sie sich mit ausgebreiteten Armen bereit zum Sprung ins kühle Nass. Doch wer ist die Sportskanone? Ok, ein paar Tipps, sie moderiert eine bekannte Magazinsendung auf ProSieben, ihr Liebster ist ebenfalls ein bekanntes TV-Gesicht und der Schwiegerpapa singt Schlager. Das Unglaubliche, diese Akrobatin hat vor knapp fünf Wochen ihr erstes Kind zur Welt gebracht und sieht besser aus denn je. Es ist, TAF, Moderatorin Annemarie Carpendale, 40, H3. Die frischgebackene Mama und ihr Liebster Weine Carpendale, 41, Urlauben mit ihrem kleinen Sohn in Italien am Gardaseer und genießen Pool, Pizza und ganz viel Amor. Und Papa Weine hüpft anscheinend auch gern in den Pool, aber lieber nackig. Sieht nach dem spitzenmäßigen Familienurlaub so direkt aus. Die frischgebackene Mama und ihr Liebster Weine Carpendale, 41,